Battle gegen den Kischchor Geil, da bin ich erstmal nicht, oh Kein Video, kein Text, kein Ernst, gemeinter Flow, kein ernster Name Das klingt echt wie ein Symptom für Paranoia Wollt ihr Anrissfläche wirklich klein halten? Doch die Anonymität wird gleich bleiben Und die überlappen eure Künstlernamen Er nennt euch Mango und Nuckel, Anna Ganz großes Puppentheater Statt Flow gibt's Rungekasper Ohne ein Tasper unbekannt Die Namen sind zwar Spaß, doch Ich meine das schon Seto Sie nannten dich nicht Mango, Junge Die meinten wirklich Mango Ich frag mich, was in deinem einfachen Text 30 Mal zu schneiden war Wen hast du für die Main zusammengeschnitten Für deinen Part und weiß der das Aus Mario und Luigi Partners In Time cuttet ihr euch den zweiten Part? Ich glaube, fast bei irrem Flow sind die beiden die einzigen, die da in Time waren Ihr kommt hier nicht weiter Ich ziehe hier die Grenze Euren Style kann man als Krankheit sehen Wollt ihr Linien überschreiten können? Müsst ihr erst die Abseitsregeln, Abseitsregeln Ihr kommt mir hier an mit richtig harten Texten Klingen wie aus seiner Kindertagesstätte Ich muss ehrlich sagen, ihr macht das sympathisch Aber habt ihr Spaß? Das mögen die hier gar nicht Offensichtliche Trolle Werte Trolle Werte abgelehnt Offensichtlich abgelehnt Okay, haben wir das geklärt? Mit jeder Line die ich schreibe zu euch fällt mir auf, dass ich euch noch als Gegner zu ernst nehme Ich kreif zurück auf paar Freestyles zu mir und selbst diesen mir fast schon zu schade zum herrschenken Boca Fertig Boca Fertig Boca Fertig Boca Fertig Boca Fertig Boca Fertig Komm� standards